Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Order 1886. Ja, wir haben heute den dritten, vierten, glaube ich. Ja, es ist ungefähr jetzt einen halben Monat her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und es tut mir leid, dass in der letzten Zeit so unregelmäßig die Videos kamen. Weil wir haben die 50% Klausuren vom Abi geschrieben. Und ja, da war ich ein bisschen beschäftigt mit Lernen. Aber ja, jetzt fehlen nur noch die richtigen Abi-Klausuren. Die sind dann Anfang Mai dran. Also ich habe jetzt erstmal wieder einen Monat Zeit, wo ich wieder ganz normal aufnehmen kann. Und ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Ich setze mir wieder meinen Kopfhörer auf. So, und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hier so hinkommen. Also wir haben auf jeden Fall hier... Äh, tot, hier. Ne? Tot. Tot, tot, tot. Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter machen. So. L2 gedrückt, um mit der Laterne zu zielen. Zu zielen, kann man auch schießen. Spooky. Spooky. Was steht da? Was steht da? Was guckst du denn da? Ich will doch hier erstmal gucken, was hier so... Hier liegen ein paar Beinchen rum. Zu wem gehören die denn? Also wo ist der Rest davon? Du hast... Beide hast du noch. Hm. So, was ist jetzt mit dir? Äh, das stinkt bestimmt voll. Darf ich hier durch? Oder wie ist das? Ich hänge hier fest. Hehe. So. Darf ich hier durch? Ja. Kommst du mit? Ja, der ist auf jeden Fall aufgestanden. Aha, ich hab Angst, dass ich mich jetzt gleich erschrecke. Deswegen nehm ich mal einen Kopfhörer wieder ab. Ich mag das nicht, mich zu erschrecken. Okay, rennen können wir nicht. Das ist, äh, blöd. Ach, guck mal hier. Hier sind Fußdapschen. Wir führen auf jeden Fall in diese Richtung und deswegen gehen wir noch nicht dahin. Aber wir wollen uns ja ein bisschen hier die Umgebung angucken, ne? So, was haben wir denn hier? Das sind wahrscheinlich Abfahrtszeiten und sowas. Ja, Train, Balletin, Bulletin, Bulletin, Gedöns. Notice, Whitechapel Station. Nun gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch, ne? Ich mag das nicht, wenn das so dunkel ist und so. Neblig schon. Ah. Das wird jetzt auch wahrscheinlich so enden, dass ich hier unten dann nicht mehr so viel erforschen werde. So, Madame. Guck mal her, hast du Angst oder was? Hier ist doch gar nichts. Yay. Wollen wir uns das jetzt kein Alarm mehr? Ah. No Smoking. Was ist die links? Be careful, keep hands out of machinery. Okay. Warum können die nicht einfach oben drüber gehen? Also war das hier, hier ist nix. Irgendwelche dampfenden Kessels. Ach, hier müssen wir jetzt nochmal da hoch. Oder what? Ich glaube, wir müssen nochmal hier hoch. Weil da oben war ja, glaube ich, noch so ein Ding. War das hier? Johan. Horse. Der hat auf jeden Fall einen Hund und eine große Flasche. Brown's Household. Panakea, was auch immer das ist. Panakea. The Great Pain. Relieve. Mhm. Werfen raus. Okay, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Scheiße! Geh doch mal hier rüber, Junge. Okay, der ist doch. Der Bell erledigt. Wir sind durch. Das Tor ist offen, wir können hindurch. Wir sind durch. Augen auf. Augen auf, ich komme. Lämpchen mal umtreten, ne? Könnte ich nachladen? Ja. Das hast du sehr schön gemacht. Wir sind auf jeden Fall wieder Fußspürchen. Oh. Äh. Okay, Waffe wechseln kann ich nicht. Wo ist denn der gute Mann hin? Oh, jetzt vermisst er euch! Ich hab... Von wo schießt der denn? Ich seh hier gar nichts. Oder hat eine Madame geschossen? In den Arm. Ziel erledigt. Weil ich ihm in den Arm geschossen hab, natürlich. So, was ist denn... Okay, da ist eine Tür. Und da ist es offen. Wo ist das Shooting? Wo ist das Shooting? Oh Gott, ich hab dich gar nicht gesehen. Oh Gott, ich hab dich gar nicht gesehen. Halt die Augen auf. Vielleicht sind da noch mehr. Ja, ich glaub, der ist tot. Erstmal nachladen. Aber was mit dir? Geh doch mal da rein, Junge! Ich muss dir die scheiße Laterne tragen. Oh, das hier fällt mir ja gar nicht. Das wäre eigentlich perfekt, so ein Punkt irgendwie, um was zu verstecken. Aber so gut. Wie macht man denn nochmal? Deckungsgedrückend. Ach, egal. Es ist sehr laut hier. Mein Kopf juckt. Ich glaub, jetzt kommt hier gleich wieder so ein Viech. So ein Wehrwolf. Suche einen Weg zum Ausgang. Da oben, auf dem Generator. Huh. Wie hat man denn nochmal Deckung genommen? Das ist nicht so gut, dass es hier so hell ist. Also bei mir im Zimmer. Was ist das? Position? Ja. Hier läuft direkt mal mit, doch. Ach, das ist hier das. Ich dachte, mich wird irgendwas anfauchen. Kann man hier irgendwas drücken? Oh, das ist ja schon viel, ne? Caution. Caution. Danger. Oh, 600 Volt. Ist ja schon viel, ne? Was ist hier? Bei Extinguishing. Na ja. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie man nochmal in Deckung geht. Oder ich kann vielleicht nicht in Deckung gehen, weil ich diese ollen Lampe in der Hand Hand hat, habe. Das kann natürlich sein. Läuft. Whitechapel? Wo kommt man hier hin? Da ist nur ein Gassengedöns. Okay, ähm. Ja gut, ich glaube, wir müssen hier lang nicht gucken. Mal gerade noch irgendwas hier. Eine Karte. Whitechapel. Ist da irgendwas, was man kennt? Westminster Bridge. Noch irgendwas Besonderes? Nö. Nö. Hier ist nochmal so ein Fußfuzzi. Wer einem die Schuhe sauber macht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier lang, ne? Hier lang. Greet nennt das mit. bt das? 옆iye. Oh marketplacegeld. Ja. Ja. Hab ist noch jemanden. Und jetztelongue ouais�� deepgehör. Überhaupt nicht das Ges estrain. éis. Was ist es? Mit wem spricht Percival da? Niemand. Irgendso ein Typ von der Straße. Los jetzt. Nicht mehr lange und die Lykaner sammeln sich und kommen zurück. Royal Hospital Whitechapel. Okay. Ach, jetzt habe ich sie nicht mehr an meinen Dingspunkt. Ach, echt? Also hier oben ist auch, glaube ich, wieder so ein Gerät, was wir mitnehmen können, also uns angucken können. Ein Zettel. War, what? War Reception Log. Mhm. Bad, 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 bad... Badger? Klacksen. Rau. Okay. Gut, dann... Okay, da ist dicht, das heißt... Wir müssen nach rechts. Haben wir schon geguckt bei dem einen Typen? Dann gehen wir mal hier lang, ne? Da hat mir was gesagt. Ah, ist es doch, Greis. Ich konnte nur eben nicht, weil ich diese dumme Lampe in der Hand hatte. Headshot. Gute Scheiße! Gute Scheiße!